Untertitelung des ZDF, 2020 Der Händler ist noch da, weiß ich gar nicht, müssen wir gleich mal gucken. Er geht nach hier oben, okay, der kriegt noch ordentliche Knochen. Und er geht jetzt hier rein und hat ja jetzt Hunger und geht nach Hause. Aber er hat ein Stück weiter entdeckt, ist ja auch was, ne? Gibt es denn hier noch irgendwas? Nicht wirklich jetzt, ne? Da oben waren die Aufgänge, okay. Haben wir denn noch Bergleute eigentlich? Oder waren die alle? Essen, Bergleute, haben wir einen, okay. Vielleicht sollten wir den Bergmann mal gerade... Der ist jetzt woanders, wir müssen gerade wieder runter auf die 18, weil es macht... Ach so, wir sind schon auf unterster Stufe. Ich würde jetzt sagen, der soll mal hier gerade durchbuddeln. Vielleicht macht er das ja. Dann ist das weniger am Bogen laufen, ne? Oder? Hier wurde jetzt nichts entdeckt. Ich sah einen hier hochlaufen, genau. Der geht dann hoffentlich hier hin. Gucken, wo es da noch so abgeht. Okay, würden sie noch weitergehen? Sehr schön. Und wir wollen nicht mehr weitergehen. Dafür wird woanders entdeckt. Wo ist der denn am hauen und stechen und schlagen? Auch hier, okay. Sneaky Ghoul. Was ist das für einer? Iron Golem, das müsste auch einer sein, oder? Ne, Oga. Dann gucken wir nach oben, dann haben wir den Raum. Eins geht ja wahrscheinlich weg. Oder? Ja, jetzt haben wir den Raum. Na, die Ecke noch nicht. Da wird noch irgendwann einer hinlaufen, aber da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Okay, da ist schon der für die Abkürzung. Das ist schon mal gut. Und hier unten laufen zwei, die weiterentdecken. Das ist auch gut. Ah, hier geht es auch weiter. Was ist das? Sneaky Ghoul, okay. Aber, hm, beide gehen wieder zurück. Da kommt aber schon der nächste. Hoffentlich hier rein. Ja, komm, geh weiter. Stell dir nicht so an. Da oben geht aber auch einer lang, weil wir da auch noch zwei Gänge haben, ne? Und da ist ein Raum. Den konnte ich jetzt nicht so gucken. Das war so einer auf jeden Fall. Toponovic, der Zombie. Da oben wird auch kräftig gekämpft. Der Raum ist aber schon entdeckt. Hier wird auch nichts mehr sein, gehe ich von aus. Ja, ist so. Das heißt, wir haben noch da einen Gang. Den jetzt aber gerade keiner entdecken möchte. Hier ging es nirgendwo weiter. Hier haben wir die Treppe. Hier haben wir noch einen Gang. Und hier unten geht es natürlich auch noch weiter. Da geht gerade schon einer spazieren. Okay, dann gibt es noch weitere Wege hier lang. Dann kommt auch schon einer und guckt. Oder will gucken. Das ist auch gut. Da ist noch jemand. Ein Vampir. Da ist auch noch jemand. Aber ich glaube, das Spiel ist gerade in Pause. Und da kommen so ein paar böse Viecher. Dann gehen wir aber ganz schnell mal nach unten. Achso, das geht ja so viel schneller. Und dann gucken wir da nochmal hin, wo der ist. Da. Und das wieder laufen, damit er kämpfen kann. Okay, ein Wulfi. Ein Ghoul. Ein Sneaky Ghoul. Und hier geht es noch weiter. Aber da geht es auch schon wieder nach da. Und nach da rechts will keiner gucken. Da kommt jetzt jemand. Ein Brumbeer. Der geht aber schon wieder nach oben. Aber wie es so ist, es kommt schon wieder der nächste Held. Sieben an der Zahlammer. Der sich hier hinten auch für interessiert. Guckt in den Raum, aber geht nicht nach hier unten. Das ist schlecht. Jetzt bitte weiter vorgehen. Nein, da ist falsch. Ja, aber ein neuer Held kommt auch. Aber er geht jetzt nach da hinten. Schau mal gucken. Das ist auch gut. Da gibt es auch noch welche. Was ist das für einer? Stone Troll. Okay. Und der Sneaky Ghoul. Aber ein Weg geht auch noch weiter. Auch sehr gut. Zwei Helden da. Und der eine geht jetzt aber auch hier hoch. Da unten geht es aber bestimmt auch noch ein bisschen weiter. Ah, der eine geht auch dahin. Das ist schon mal gut. So, okay. Da gibt es noch einen Weg da. Noch einen Weg da. Alles prima. Relativ großer Raum mit wenig Inhalt. Okay, da ist dann Abschluss. Gut, die Ecke haben wir auch. Ah, er geht den Weg. Das ist schon mal super. Entdecke mal weiter. Ich würde hier einmal abbauen wollen. Er geht nach da oben jetzt. Der haut ab. Aber er geht leider nicht weiter. Doch, der andere kommt nochmal da hin. Sehr schön. Stone Rolam. Neuer Raum. Aber ich denke, dass er zurückgehen wird. Gibt es auch noch ein paar Querverbindungen. Und da ist auch nichts drin. Hier unten macht er schon Abbau. Ne, das ist noch ein Held. Okay. Da wird auch aufgeräumt, dass dann auch da nichts passieren kann. Das ist auch gut. So, er geht weiter. Sneaky Ghoul sind da noch. Hier ist ein Red. Na, wo ist er denn? Ich kriege ihn nicht in das Visier. Ist aber auch schon erledigt. Okay, gehen wir mal ein Stück hoch. Schade. Da passiert nichts. Da oben passiert was. Okay. Noch ordentlich Inhalt im Raum. Schafft er aber. Kann nun der eine Google jetzt hier. Ja. Okay. Er baut von hinten ab. Auch sehr interessant. Da entdeckt noch einer. Aber leider nicht alles. Geht auch wieder hoch. Aber die nächsten Helden kommen schon. Beide hier runter. Einer nach... Na ja, ganz nach unten. Beide gehen hier. Schade, der hat nicht da oben weiter geschaut. Aber hier unten ist noch was. Und da geht es auch noch weiter. Das ist sehr gut. Hier ist der Held zur Unterstützung. Auch gut. Und da kommt... Ne, der geht nach oben. Okay. Hier aufgeräumt. Da guckt keiner. Der Held geht weiter hier runter. Holt sich einen Bogen oder... Ne, war das überhaupt ein Held? Das ist nicht wichtig. Hauen wir Pause gerade. Dann sehen wir es doch. Weiß. Das ist ein Träger. Okay. Bis hier unten ein Träger. Das ist schon krass, oder? Darum gibt es wohl nicht so viel zu tun. Läuft auf jeden Fall. Und da kommen zwei Helden auf hinten. Okay. Hier unten weiter entdecken. Was macht er denn hier? Noch einen Träger. Der von Huberth hier unten ankommt. Okay. Wenn er hier weg holt, ist alles sicher. Denke ich. Dann können wir damit leben. Ah, der holt jetzt auch gerade natürlich für den Händler noch was. Der zweite hat leider vergessen, was mitzunehmen. Ja. Bis da oben ist er gestorben, ne? Gut. Okay, wir entdecken den Gang noch. Sehr gut, aber nicht sehr weit. Jetzt hier bitte einmal noch schauen. Das kann doch nicht sein, dass er jetzt von oben gekommen ist, weil da Knochen lagen. Okay, da geht's weiter. Sehr gut. Rück noch weiter vor. Wenn's geht bis dahin, dann kann ich hier noch einen Durchbruch machen. Würde ich sagen, ne? Wo war die Treppe? Keine Ahnung. Da. Gut. Dann machen wir definitiv hier einen Durchbruch hin. Wenn wir schneller in den Raum kommen, der aber hat keine Abzweigungen. Kann da sein. Das hat sich dann auch nicht wirklich gelohnt, wenn da keiner nicht weiter... Doch, hier geht noch weiter. Na? Du bist ein Träger, das war schlecht. Und der Held hätte ein bisschen schneller sein können, ne? Hm. Schade. Schade, schade, schade. Da kommt schon wieder einer. Gucken wir, was der da oben noch entdeckt. Ja, der hat sich jetzt Knochen geholt, oder was? Das wäre jetzt krass, ne? Und der läuft da wieder hin und geht wieder unverrichtete Dinge zurück, weil die Knochen weg sind, oder was? Ja, klar. Was ist denn das, dass der Held die Knochen genommen hat? Oder war das gar kein Held? Aber eigentlich schon. Hm, komisch. Der kam jetzt auch da nur zum Abholen. Krass. Okay. Ist halt so, ne? Das ist jetzt wirklich ein Held, ne? Der geht entdecken. Hier oben. Aber hier müssen wir durchbauen. Und brauchen die so einen Umweg gehen. Okay, dann doch dann eher mal in diese Ecke vielleicht gucken. Wäre nett. Kann sein, dass der Spiel in Pause ist. Ne, eigentlich nicht. Läuft auch weiter. Hat aber leider nicht alles entdeckt. Ja, gut. Da kommt noch ein Held. Schauen wir dem nochmal ran. Ne, ist kein Held, ne? Nehmen wir gerade Pause. Das ist der Bergmann, der den Gang macht. Läuft aber zur falschen Seite. Das ist krass, oder? Hier geht's ja jetzt auch, ne? Jetzt geht er rum und macht das von der anderen Seite. Ich finde das genial. Okay, hier wird noch weiter gearbeitet. Stopp mal. Ah, schade. Ich hätte gerne gewusst, was das war. Das sah so anders aus. Diese Sorten kennen wir alle schon. Vampir, Zombie, Sneakies. Und da ist noch einer. Okay, hier sind auch noch welche. Das ist ein Ghoul. Da gibt's auch noch einen Gang, sehr schön. Irgendwo anders wird auch gerade gearbeitet. Hier aber nicht, aber hier war es. Okay. Dann machen wir gerade die beiden Sachen hier weg. Dann kommen wir da schneller durch, weil hier ist auch noch was. Das ist der Durchbruch. Nein, ist wieder nach oben gegangen wahrscheinlich. Recht ärgerlich. Da wurden Knochen geholt für den Händler. Ja, ist halt so, ne? Hier sind noch Knochen, die auch geholt werden könnten. Aber kommen wir nicht weiter. Gucken wir mal gerade nach oben. Hier hatten wir noch was mit Wasser, oder? Was wir hier noch veranstalten wollen. Ah, okay. Von zwei Wasserrädern sind drei da, oder? Von drei sind zwei da. So ist es richtig. Jetzt ist noch die Frage, ob das dritte da sitzt. Tilde hört. Das müssen wir erst mal machen. Dann geht's auch mit dem Wasserrad voran. Ich hoffe, dass es jetzt passt. Ja, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich erst mal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ja, falls ihr ein Abo machen wollt, könnt ihr machen. Und wenn nicht, dann macht das halt nicht. Wäre aber schön, wenn ihr es macht. Gebt der Folge einen Daumen hoch, wenn sie euch gefallen hat. Und ja, dann gibt es noch die Glocke, die euch die Info gibt, wenn wieder ein Video hochgeladen wird. Bis dann würde ich sagen, tschüss.